in weiser voraussicht entspannt gewindelt auf zeitungstour beim zustellen der wöchentlichen zeitung tritt lina praktischerweise eine windel während michelle jedes mal unter ihrer voller werdenden blase leidet in der heißen sonne trinken die freundinnen reichlich so dass es nicht lange dauert bis eine schnelle und sehr ungewöhnliche lösung für michels heftige pinkel not gefunden wird diese und noch viele lustvolle geschichten mehr findest du frei zum lesen auf unserer homepage edition minus augen punkt e